Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront und wieder mein Gegner, ne Quatsch, ich bin der Onkel und mein, mein, ja, der Typ nebenan ist der Rivado. Das Wort, was du gesucht hast, war Partner. Oh, wir spielen heute Heeldenjagd, die Heeldenjagd. Mhm, ich wusste schon immer, dass du mich jagen möchtest. Ich hab gesagt Heldenjagd, keine Rattenjagd. Oh, Tricksack. Auch eine schöne, dass ich die Kanne zacken habe. Richtig viele Leute dabei, es ist echt so geil, dass die Bodys auch, es ist so sinnlos. Naja, was willst du machen, ein Spieler nimmt, was, ein Spieler nimmt es als Held mit einem Trupp von Gegnern auf. Der Spieler, der den Helden besiegt, wird der nächste Held, wer die meisten Gegner besiegt, gewinnt. Achso. Ja, äh, hallo? Ja, hört sich gut an. Ich bin gespannt und welche Seite wir sind, weil welchen Helden und so weiter und so fort und ja. Welchen Helden und so weiter und so fort. Also bis jetzt fand ich am besten, naja, kommen wir später mal irgendwann, wenn wir mal alles durchhaben, sagen, was ich cool finde. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal böse, das ist schon mal gut. Und dann bin ich bereit zum Kämpfen. Beleid, 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 beleid. Wie viel Quittes hast du noch? 2591. Na, so ein bisschen, ne? Hm. Ich bald wieder zeigt für eine neue Waffe. Hm. Heldenjagd, Dünnmeer, okay. Falls ich noch nicht gemerkt habe, ne, ich habe den Spielsound ausgemacht. Du wirst ein Held sein, juhu. Er hat die Spielemusik ausgemacht, weil. Yeah. Ja. Äh, bin ich nicht bei euch im Team? Bin, glaube ich, alleine. Bist du langsam nervös? Ach, du bist, bist du Han Solo, oder was? Ja, ja, ihr müsst mich jagen, ja. Achso, genau. Achso, also das ist doch ein Andromodi, cool. Ich weiß gerade gar nicht, wie das funktioniert hier. Boah, die Leute, die jagen mich alle. Boah, ich krieg dir voll auf die Fresse. Klar kriegst du auf die Fresse, Junge. Boah. Oh, oh, oh. Ach, nee. Hm, ja, keine Chance. Also der ist echt Han Solo. Nee, ich will lieber einen mit dem Laserschwert haben. Ey, ich bin jetzt immer wieder im Team. Wie Layer. Okay. Na dann, werde ich doch mal die Prinzessin aus dem Leben holen. Boah. Warum macht die so viel Schaden? Der Kranke. Weil es ein Held ist. Boah, ist die Gute. Jeder Held ist gut. Ja. Ich finde mit dem, ähm, sag mal schnell, wie heißt der? Imperator war ich am besten. Ja, der Bau, nächster Held. Hat es einer schon tun. Ich werde mir jetzt mal wieder meiner. In Cicino, Gana ist Geschichte. Und Luke Skywalker. Oh, ich habe gar keine Ahnung, wo der ist. Bitte doch. Ja. Ja. Oh, 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 oh. Der Drecksack. Hey, dein, ich habe nur gerade gehört, dein Körper so, weg war er. Ich bin weggematscht. Bestimmt krass, ey, wenn er noch einmal... Komm, 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 ich habe ihn. Jawohl. Du wirst ein Held sein. Cool. Wer bin ich denn? Oh, ich bin Han Solo. Han Solo, wie ich gerade. Alter. Ich habe mich selbst getötet, okay. Das war alles Absicht. Der Onkel, der alte Held. Ja, es ist ganz witzig, ja. Das finde ich lustig, das macht mir Spaß. Nix, da hältst du schon tot. Ja, das macht mir Spaß. Du warst ganz schnell tot. Ich weiß. Ich wollte es ja nur noch mal sagen. Ich bin schon noch mal ein Arsch. Und die Lea ist wieder am Start hier. Ich denke mal, das ist irgendwie lab-abhängig oder so ein Scheiß. Ich glaube, raus aus deinem Loch. Ah, die heilt sich, ey. Die ist bitter. Ah, die kann aus dem Schutzschild rausballern. Oder was will die mir jetzt erzählen? Die war im Schild drin, hat mich erschossen. Wie geht denn das? Kann ich sehen, die hat rausgeguckt. Äh. Ich hoffe, es ist für sie. Aber was ist sonst? Ja, dann sagt sie ihr, dass sie eine Cheaterin ist. Da ist sie, die kleine Prinzessin. Oh, jetzt hat sie sich wieder so ein Scheiß-Schützschild. Jetzt heilt sie sich wieder. Das dauert jetzt ein Stück bis mit ihr. Oh, Mann. Ja, ich hab sie getötet. Ha. Geil. Und ich bin... Hä? Warum bin ich denn nicht der Held? Ich hab sie doch getötet. Du bist doch der Held. Ich hab aber eins da stehen. Ach, weil ich auch gestorben bin wahrscheinlich. Ich bin ja mit ihr gestorben. Hm, schade. Na gut. Und dann ist das zu dir rübergesprochen, weil du mein Koop-Partner bist. Alter, hast du damit umgehen können? Alter, was mach ich denn nicht? Alter. Ich hab dich getötet nicht. Keine Chance. Die wussten ganz genau, wo sie sich hinstellen müssen. Boah, was geht denn hier ab, Leute? Schon wieder ein neuer Held. Wir hatten Orbital-Strike leider nicht überlebt. Wir hatten Prinzessin Leia unweit von eurer Position in die Engel getrieben. Lass sie nicht entkommen. Und danach kommen wahrscheinlich nur noch die bösen Helden, weil das sind ja jetzt sozusagen nur die guten, ne? Ich denke, wir sind map-abhängig, denke ich mal. Oder so, ja. Nee, guck doch mal. Wir sind doch alles Imperiale. Und dann kommen ja nur die Rebellen-Helden. Und dann sind wir gleich die Re... Ich denke, wir meinen, das ist map-abhängig. Nein, das ist nicht map-abhängig. Weil wir spielen doch die Truppen, die Imperialen. Jetzt werden wir danach, dann werden wir dann die Rebellen-Truppen spielen und können wir als Helden, müssen wir dann gegen die Imperialen kämpfen. So wird es sein. Das glaube ich jetzt und das werde ich jetzt mal so prophezeien. Ich will auch nochmal ein Held sein. Mann. Weil es cool ist. Ich glaube, das ist wirklich eine Chance. Ja, das nicht, aber macht Spaß. Och, jetzt... Nein. Ach, der Pisser. Einen Strich Lebensenergie, genau. Und dann hat er mich weggehauen. Doch hat er mich weggehauen, hat er mich? Wolltest du nicht haben? Vielleicht mal drüber nachgedacht, dass ich vielleicht schon einen habe. Achso. Ja, kann sein. Ah! Hast du? Nee, Besieg von ARTH Heinrichen. Schade. Hans Solo ist wieder am Start. Hallo, Hans Solo. Hans Solo ist wieder da. Boah, der Hans Solo rennt nur weg. Der alte Hans. Ja, die machen es richtig. Der Hans Solo ist echt gut, wenn der in so einen engen Räumen ist, wo du dann nicht von allen Seiten beballern kannst. Boah, wo ist der denn? Da. Ach, komm schon. Mann. Nein. Der hat noch zwei Lebensenergie. Ich wollte ihn noch einmal treffen. So ein Penner. Nächster Held. Toll. ... hat Solo für seine Verbrechen bezahlt. Lea Organa wurde in eurem Sektor geordnet. Die Lea ist wieder am Start. Nee, ich unterschätze die Prinzessin nicht. Keine Sorge. Ah, die gute alte Prinzessin. Oh, die hat mich mit einem Schuss erledigt. Jawohl. Prinzessin ist korrekt. Boah, Leute. Ihr sprengt euch ja selber in die Luft. Die Prinzessin total krank oder wo rennt ihr hin? Wie wir alle runterfallen in das komische Schlummermonster, in ein Loch da. Wahnsinn. Das was? Das ist das Vieh halt. Der Qui-Gon oder wie das Ding heißt da. Hat uns gefressen. Ah, herrlich. Helden versus... Alter, wo rennt die denn hin? Aber das sieht geil aus. Das ist echt gerade ein geiles Bild, wie alle draufrotzen da auf die. Boah, die hat sich wieder voll geheilt, ey. Die ist doch böse, ist die. Krass, der Scheiße, die. Kommt die hier mit so Hyper-End-Moves an? Oh, Mann. Jetzt ist sie tot. Ach, und ich hab's nicht geschafft, weil ich natürlich wieder... Skywalker, wir lieben dich, Skywalker. Ach, bis der mal die Granate wirft. Und das ernst. Ja, da ist der schon weg, der Skywalker. Ich hab gerade die Granate gegen das Raumschiff geworfen. Die Granate ist zurückgeprallt und hat mich zerstört. Das war wieder so geil. Das Problem ist, wenn du jetzt auf einmal so ein Held hast. Ja. Weißt du nicht mehr, was... Oder wusste ich zumindest nicht mehr, was für welche... Für welche Aktionen ich drauf hatte. Ach so. Na ja, das hatte ich auch vorhin, ja. Ach, Mann, wie weit geht denn der Orbital-Strike, ey? Ich dreh mich die ganze Zeit selbst so. Was sagst du, du, das... Warum rollst du denn immer das R so bei Orbital-Strike? Orbital-Strike! Keine Ahnung, find ich cool. Kommt nicht... Oh, ich hab vorhin meinen Sniper draufgerotzt und der lebt immer noch. Natürlich lebt er noch. Dolo! McDonald. Die Layer ist wieder am Start, die Layer. Und die geht wieder da unten hin, hä? Was hält er sie? Weiß ich nicht, weil sie bescheuert ist. Ja! Nein! Och, ich wollte sie doch töten. Hast du sie, oder wer hat sie? Ich stehe doch dort, wer sie hat. Huh! Ui! Direkt einen Schlag abgekriegt hier. Dö, 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 dö. Mann! Oh mein Gott! Du ärgerlich, ich hätte ihn haben können. Zieh! Ja. Ne, das war doch der... Das war der... ...Skywalker geworden. ...und der ganze der Nähe gesehen. Was? Aber das Mädel, es hat ein Mädel ihn gehabt. Ja, okay. Das habe ich nicht gesehen. Y-Lang. Puh! Boah, der rennt aber gut, der Junge. Ach, Mann! Wer hat ihn gekillt? Ich. Ein Jolo hat ein passendes End. Du hast ihn gekillt? Ne, aber ich hab... Hast du nicht bekommen, den Kill? Ne, ich... Ich bin doch der Held, Mann. Lies doch mal. Ja, meine ich da. Ich stehe doch mal am Bildschirm an. Ne, das steht da nicht, dass du das bist. Klar, steht es dort. Ne, bei mir steht nur, ein neuer Held wird gewählt. Und das war's. Oh, wenn das Imperium vernichtet ist. Oh, Alter! Hast kein Schild gemacht? Hättest du vielleicht gewinnen können. Sinnlos. Ich hab die ganzen Tasten durchgedrückt, aber kam nicht. Was ist das Schild? Was ist das? Was ist das? Die ganzen Tasten? Ähm, Schild wär gewesen Dreieck. Das hab ich doch gemacht. Es kam kein Schild. Okay. Naja, egal. Boah. Eine neue Hoffnung. Okay, cool. Nicht so meins, aber war interessant. Ja, machen wir nochmal, ne? Nochmal, nochmal, nochmal. Oh, ein Elefant. Und Crash Petticoat. Das ist gut, ja. Hab ich früher auch immer gespielt. Ja, nicht. Ja, war ein cooles Game. Hatte was. Das hat mir schon gefallen. Okay, dann geht's jetzt weiter. Jetzt müssen wir gegen den Imperator, Darth Vader. Und was hatten die noch gehabt? Bobafette. Oh, in der Dschungel-Map. Da freust du dich bestimmt. Freut mich gar nicht. Das ist toll. Mhm. Aber ich kann mir eine neue Waffe kaufen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Welche? Name? EE3. Ich hab keine Ahnung, welcher es ist, deswegen schau ich mal schnell. EE3. Ach, da unten die. Ja, Pistole ist das auch, ne? Oder so eine kurze, läufige. Okay. Kurze, kurze. Kurze, kurze. Kurze, läufige. Mit der kann's nicht langficken. Ist nur kurz läufig. Stimmt. Wer ist jetzt der Held? I don't know. Nächster Held. Mal gucken, ob ich es schaffe, jemals einen zu töten. Ich halte es zwar immer mit drauf, aber den Gnadenstoß... Da, Fuader, was sag ich? Da sind die Nächsten. Aber es ist trotzdem map-abhängig, habe ich doch gesagt. Nein, nicht map-abhängig. Ja, es wird gewechselt halt. Vorhin haben wir Imperium gespielt und jetzt so. Ja, und es ist map-abhängig. Wenn wir jetzt tausendmal diese Map spielen würden, würden wir immer wieder gegen Dings kämpfen, denke ich mal. Was ist denn der Wader? Ich halte, der versteckt sich. Das ist der Love Wader, ist das nicht? Der Darth Wader. Hast du schon gerochen? Ja, ich hab ihn gesehen. Tja, die Suche nach dem Wader. Der rennt echt weg. Das ist ein feiges Stück. Hm, oh. Ja, ja. Und der wirkt mich grad. Wow. Naja, so doof ist er ja nicht. Ja, versteckt sich halt, ne? Ey, hier unten war ich aber auch noch nicht. Mit diesen geilen Blitzen. Alter. Gibt's da immer nur ne gewisse Zeit, wie man Held sein kann? Nein. Oder wie muss ich das verstehen? Ach, scheiße. Was machst du denn zu? Ich wollte das Ding einsammeln. Ich dachte, das ist für uns, damit man Held wird. Aber es geht nicht zum Einsammeln. Was zum Teufel ist das? Ich denke mal, das kann der einsammeln. Und ich denke, ich schmeiß mal den Termaldetonator weg, damit ich das einsammeln kann. Ach du, ich darf doch gehen, ist das doch Schwachsinn. Das ist echt kacke da, der Platz. Weißt du, was das ist? Heilung ist das für den. Wenn der das einsammelt, ist der voll geheilt. Woher willst du das wissen? Hä? Woher du das wissen willst? Weil ich die Dinger, äh, du kannst die als Imperator auch werfen, die Dinger. Und dann heilst du dich damit. Ach so. Ich hab keine Ahnung, wie wir den besiegen sollen. Der wirkt einen sofort, wenn du ankommst. Ja, ist zwar nicht unverwundbar, aber er nimmt natürlich die ganze Spielzeit weg, ne? Und killt alle, die ankommen. Und ich denke, der nächste, der dann Held ist, der wird das auch machen, da in die Ecke gehen. Was machst du so schönes, Onkel? Ich kann doch herlaufen. So. Na ja, wo ist der Penner? Na, er hat sich das Symbol geholt. Er hat sich das Symbol geholt. Und jetzt ist er wieder in die Haustür rein, oder? Oh. Weil die Spielverderber, die Camper, die... Er ist tatsächlich wieder da. Naja, ist woanders. Weil ich war grad da, wo er vorhin war, aber jetzt ist er im anderen Haus. Naja, direkt wieder hinten in der Ecke drin. Hey, wir haben einen neuen Helden. Du? Oder der andere? Steht doch da! Mein Gott! Nein, da steht nur nix, der Held bei mir. Natürlich! Ne, da steht, Matt Zuat, EZ liegt in Führung. Er steht da nicht. Und dann steht da, da steht nix, wer der nächste Held ist. Aber du bist es nicht, weil ich dich da hinten sehe. Als Mensch. Natürlich bin ich es nicht. Steht doch dort. Ich bin immer kurz, wenn er wieder besiegt wurde, steht dort. Wer der Besiegter, dann kommt nächster Helden, dann steht rechts oben am Rand, wer der nächste Held ist. Steht immer da. Also bei mir nicht. Nein. Aber ich kann auch die, ich kann auch die Taste drücken, dann sehe ich es auch, wer es ist. Ja, ich wusste, dass der das nachmacht. Der macht gar nix nach. Der rennt hier rum. Na klar, er ist auch im Haus dran. Dann kannst du ins Haus gehen. Wenn du ins Haus gehen würdest du auch. Feuer einstellen. Ach, nächster Held schon. Gut, rechts steht es. Jetzt steht es nicht mehr dort. Steh doch bloß kurz dort. Jetzt steht es rechts. Der eine von, der eine von gerade. Ja, jetzt habe ich es gesehen, ja. Der Imperator noch. Oh Gott, der kann sich selber heilen. Also den werden wir wahrscheinlich nicht töten können. Weil das der eine ist, der am Anfang schon war. Und der kann mit seiner Dreiecktaste sich heilen. Ich habe einen Thermaldetonator. Das könnte natürlich schon ein bisschen helfen. So, meine Lieben, ich gehe raus aus dem Spiel. Das macht mir keinen Spaß. Das nervt mich gerade. Dass er da nur kämmt, oder was? Du kannst ja noch weiter. Ich mache den Part jetzt zu Ende. Bist du raus? Ja, dann gehe ich auch. Okay. So, meine Lieben, wir machen was anderes auf jeden Fall. Das ist Müll. Wir sehen uns im nächsten Part beim nächsten Match wieder. Und, warst du das? Warst du jetzt dran? Ich will das gerne. Ich glaube schon, ja. Du bist dann beim nächsten, ne? Ja gut, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. War auf jeden Fall mal ein Einblick wert. Aber, ja, habt ihr gesehen, das war für Camper oder die das öfters machen. Naja, war jetzt nicht mehr so sinnvoll. Auf jeden Fall geht es dann jetzt das nächste Mal wieder richtig krass weiter. Ich bin gespannt. Und dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss. Tschüss.